Bis 1 Uhr, sie ist erwartend. Servus, die Waren, sagen wir da. Und nochmal tief Luft holen. Er ist in der Spur. Arena! Hervorragend ausbalanciert. Kurz hat einem der Atem gestoppt, aber das macht einen Weltklassemann aus, das zu korrigieren. 126,5 Meter, 126,5 Meter, Rang 11, hinter Stefan Leier im Moment. Da muss er doch ein wenig zittern, aber ich bin mir sicher, der Kofi ist morgen mit dabei. Nummer 33, Borek, Settler, Tschechien, sechsmal gestattet, Rang 20, beste Platzierung. Noch haben Koch, Leier und Koffer kein großes Kuh hinter ihrem Namen, aber das wird sicher noch mehr, denn... Jetzt sind sie wieder ein Stückchen näher. Sicher qualifiziert, nur ein Salud. continuing.